Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 25 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 500 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017